Musik Gestern Abend erschütterte ein Terroranschlag Berlin und unser ganzes Land. Musik Zwölf Menschen sind zu Tode gekommen, 48, so ist die letzte Zahl, zum Teil schwer verletzt worden. Wir sind erschüttert über den Hass, der so etwas tut. Ich lese aus einem Psalm der Bibel. Musik Errette mich, Herr, von den bösen Menschen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses planen in ihren Herzen und täglich Streit erreden. Bewahre mich, Herr, vor der Hand der Gottlosen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die mich zu Fall bringen wollen. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Das wollen wir hören und in diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit. König Mann Nach Brüse gib und Brüse Dann Immobilie Arb Storm Strachen wir arbeiten Bei